Servus und Willkommen zum Angespielt von PinStripe oder PineStripe, ich glaube eher PinStripe, Pine wäre, wenn noch ein Eda wäre, von Thomas Brush ist der Entwickler, Release war am 25. April 2017 und es ist ein Adventure, ja ich weiß wieder ein Adventure, aber ich mag Adventures einfach, okay, wir machen ein neues Spiel und schauen uns das mal an, wie immer findet ihr alle Infos zum Spiel in der Videobeschreibung bzw. die Standardinfos, Genre, Release, Entwickler und den Link zu Steam und da findet ihr dann genaueres, wenn ihr noch ein bisschen was von dem Spiel wissen wollt. Ein Spiel für Kelsey, ich gehe mal an, dass es Thomas Brush, seine Tochter ist, ähm, oder Nichte oder, weil das Spiel ziemlich, ähm, ja doch in Richtung Kinder schon geht, so ein bisschen, was ich jetzt so kurz angespielt habe zum Testen, ob denn alles funktioniert. Und es ist so ein bisschen Deutsch-Englisch, äh, hier, Loading, können wir nicht laden. Und, wach auf, Daddy. Wach auf, Daddy. What? Ich schlaf wandle doch nicht. Ähm, tut mir leid, du bist? Nein, ich schlaf wandle nicht. Kannst du Rauch riechen? Ähm, Bo, ich rieche keinen Rauch eigentlich, aber okay. Let's go investigate, lass uns das untersuchen. Yay. Äh, los geht's, Watson. Wenn ich Sherlock bin, dann musst du ja wohl Watson sein, oder etwa nicht? Ähm, Hashtag Cocoa Cookie, Sherlock, you know. Wie? Das ist der Spiegel, Sherlock. Das ist der Spiegel, Sherlock. Ja. Die Vertonung ist klasse. Ihr seht vor allem seltsam aus. Es ist witzig gezeichnet. Boom. Es heißt Boo, Süße. Oh, right. Boo. Ja, poop. Pups rum. Ah, verdammt. Tell me, I'm the most best princess in the... What rhymes with train, Dad? Train... ...will gain. Ah, ok. W, A, S, D. Ich springe. Es geht auch bestimmt mit, äh, wie heißt das Ding? Gamepad. Aber ich spiel's hier mal mit. hast du so was der herrn ist ist aber georgie ein hundi ist diese kiste eingesperrt okay ich mache alles kaputt was ist das denn ein drop was ist ein das sieht aus wie ein tropfen ein drop ist ein tropfen ja stimmt ja maybe or maybe not oh yeah kino-knopf macht die Tür auf und ich mach die Becher auch mal kaputt vielleicht kann ich jetzt Öl es ist wahrscheinlich die Kripskrim in deinem okay ich kann nichts tun wir gehen mal weiter und ist das ein bild ja ist das ein Mami's Login Mami's Medaillon es sieht aus wie ein Mami's Medaillon ich hab ihr Medaillon es geht ab ein seltsames Protein eines Mannes spiel speichern okay spiel gespeichert es ist aus dem Sidescroller Jump and Run Adventure mit ein paar Rätseln da steht ganz groß mein drin nope Watson ich glaube ich kann diese Taste erreichen okay bleib da hey Teamwork bringt uns weiter meine kleine Lady mein kleiner Bow meine kleine Bow da war ein böser Mann ja ja ich bin ja nicht so richtig ja 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 die kinder können manchmal auf dem aufschluss gerade okay die kleine lady hat gerade was ist das nicht dass sie her gekommen Siehst du nicht an, Daddy? Es ist nur eine doofen Zeichnung. Oh, wie niedlich. Halt, was steht da drauf? Failure. Versagen. Oh, dein liebem Mama. Es gibt es nichts. Wie kann man nur so versagen? Na also. Danke, auf zum bösen Mann. Hey, ho, da ist er. Sieht wie toten aus. Ich gebe dir... Boah, der Mr. Pinstripe, der sieht ja echt gruselig aus. Vielleicht ist es doch nicht so, äh, kindermäßig. Das ist Bo. Hallo, da. Der ist böse, das weiss ich. Wer bist du? Ja, mit Sicherheit. Mit einem schweißen, schweißen Ballon. Das hörst du dich auch an, du bist auch von der Uhu. Ich, T-Bag, dich, wenn ich könnte. Ja. Lassen Sie in Ruhe wieder, Link. Das ist aber nichts, ja, nett. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich würde dir auch die Fresse polieren, aber ich kann es nicht. Hui. I like, Dings kaputt machen. Sack. Eklig. Der Sound ist echt geil. Mir wird ganz schmiedelig. Oh, Herr, da war es so riesig. Das wäre alles gut für dich. Oh, boah. Der Daddy, der Daddy. Oh, boah. Sie hat immer gesagt, mir zuhören, zu stoppen, die Dinge, die blöden, wie das Brunchen, wie das Brunchen, wie das Brunchen. Ich weiß nicht, wie das Brunchen. Ich weiß nicht, wie das Brunchen. Okay, wir gehen zurück. Ich glaube mal, ist der noch da jetzt? Oh, oh. Schau! Ein Ballon, Daddy! Halt, boah. Bleib da. Oh, shit. Bo, 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 bo. Oh, oh. Oh, 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 oh. Du bist ein kleines Messies lebhaft. Aber keine Sorge, Ted. Du wirst dich deinen Vater holen. What? Wie steht dir Vater? Thomas Brush, Pinstripe. Okay. Sehr schön. Geil. Dann machen wir hier einen Cut. Ein Ende. Dann wird es nämlich spannend, was jetzt nämlich dann kommt für euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Okay. Was ist das? Oh, ups. Ich hab was kaputt gemacht. Da muss man vielleicht später noch machen. Ich weiß es nicht. Ich komm ja auch mal zurück. Da hängt ein Stuhl.